Wuhu! Bravo! Guten Tag! Wuhu! Wuhu! So schnell raus! Ja, okay, Ticke fahrt vor. So hau ich einen Tag! Wuhu! Wuhu! So! Ich hab die Runde gerade gesehen. Die Runde slip! Wuhu! 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 Links, da links! Ah, bis hier drauf. Es ist der Setz. Wuhu! 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 Ich brauch mehr Oktan! Auf geht's klickon. Wuhu! Wée reg Sidman! ством! Wuhu! Sollte Juhu geil Juhu 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 Guten Tag Dankeschön Jike, scheiss Treppe Da kommt jetzt eine beschissene Treppe Am Ende von dem Trail Ich wusste gar nicht mehr wie du auf mich fliegst Hammerhart Naja, da kommt jetzt am Ende der scheiss Treppe Die kann man zwar fahren, aber Ich bin sie bis jetzt auch noch nie gefahren Aber es geht, das habe ich schon gesehen Wanderer Dankeschön Dankeschön Ich wollte jetzt Treppe eigentlich wie ein Nuff auf der anderen Seite Ja, wir machen eine Pause machen Ja, bitte Also irgendwie geht es Das habe ich schon gesehen mit Dornenei und Dornenei Also Ich habe auch schon gesehen, dass Dornenei Luftgefahren ist Fertig aus Sofa vor, ich habe keine Ahnung Einfach nur geradeaus Ich habe auch schon gesehen Ich habe auch schon gesehen, dass Dornenei Luftgefahren ist Und ich habe auch schon gesehen Ich habe auch schon gesehen, dass Dornenei Luftgefahren ist Ich habe auch schon gesehen, dass Dornene Luftgefahren ist Ich habe auch schon gesehen, dass Dornene Luftgefahren ist Aber extrem naturbelassen und wer es gleich beim Fahren merkt, das ist alles relativ hohle Untergrund So, das klingt halt relativ hoher So Baum Und heute wieder keine Säge dabei Und wieder keine Säge dabei Komm den Klippen aus Ja, ich wollte gerade sagen, der müsste man rumkriegen Warte, warte, warte Warte, warte, warte Ja Hoch, hoch, hoch Warte, warte, warte Ja Jawohl Ich bin mit mir unten gefahren Also es ist wirklich nicht so anspruchsvoll Warte, warte Sorry Warte 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 sache kletterwand also direkt jetzt hier wo er ist klettern irgendwo auf dem hang der treffe irgendwo durch die bank wo man es sind wie das letzte mal hier waren haben wir hier schafe geguckt ja hier haben sie geweidet oder wieder stück zurück allerdings dann links rum dann gleich 180 grad kurve und dann treppen und dann fahren wir durch die ortschaft runter hier jetzt rein boah fackel der liegt ja schon wieder am barm er war au oder was hier u Cool. So, also I were ready. Cool. 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 Hallo! Ich bin schon mal ein bisschen drauf, aber ich bin schon mal ein bisschen drauf. Jep. 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 Nö, die fahr ich nicht. Hey, kannst du das? Das andere bin ich gefahren und das traue ich mir nicht, dass er jetzt gefahren. Ne, ich traue der Treppe nicht. Ich lasse den. Die Kuhn-Ja. Ja, ich traue den. Komm! Oh. 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 Ja. Wollen wir gleich? Naja, zu spät. Oh. Ah, fuck. Das war nix. Das war eben nix. Oh. 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 Seitwärtsgang. Oh. 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 Mini-Trail. Oh. 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 Wo war's? Oh. 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 Oh.